Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Rengeraten. Wir starten direkt rein hier. Auf Azteker, oder? Meisters.gg Ohne Scheiß, gefühlt, ich habe gar keinen Gegner gesehen, den er getötet hat. Das hätte auch so einen Grund, warum ich die Karte nicht spiele. Der Gegner, also der Jid, den hier in der Ecke, den hätte ich nicht gesehen. Da kriegt der L.E.M. dass er die sieht. Super Supreme. Overpass? Da hast du jetzt sogar gecallt. Da gibt es das Ace. Wahrscheinlich schon, sonst wäre der Clip vorbei. Call. Okay, das war eine externe Seite. Ist kein Global. Sad. Auf jeden Fall schön gemacht. Swag7 Mirage, B-Push. Erstmal finde ich es übrigens super komisch, wenn hier das ganze so nach unten gesetzt ist. Vielleicht ist das auch nur wegen dem verzerrten Bild, weiß ich nicht Das könnte halt Alles sein Oder Gold 4 Easy Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich die Street nicht aufrechterhalten kann Schön wie viel Tempo gestackt Das war ja ganz komisch Bildes Hin und Her geflasche Actually eigentlich ein guter Farm 21 Oh ja, geht Oh ne, ist eigentlich gut Die ersten anderthalb Minuten sind keine Minions da Ist halt auch schön, dass der Talon die ganze Zeit die Schüsse von Seri blockiert hat Ich wollte nämlich eigentlich erst für das ganze Ramazamba hier Lo Elo sagen, aber ich glaube das könnte höher sein A Grandmaster Okay, wilde Angelegenheit Geil Er hat sich auch Ignite fürs nächste Mal gesaved Es war halt jetzt nichts Sonderes, ne Ist halt reingegangen, hat Ult gedrückt Seine W Bronze Könnte auch Silber sein Ich sag Silber Sehr schön Jetzt haben wir die Streak auch hier So, wer spielt denn hier alles Okay, recht normal alles Peter Kavis Pästchen Wow, we're gaming Pästchen rausgeholt, hitter aus der Mathuld Die Cutter Spaß Oh man ey Macht sie den Penta fertig Ein sehr dick Knight up für Darius Er hat sein E gemisst Er hat die jetzt am Ende einfach nur Spin to Win gemacht Boah, das finde ich schon wieder schwierig Auch noch Ignite nutzen können auf den Darius Für ein bisschen mehr Damage Stark Platin Es ist Iron Okay Egal, wir haben zwei Sterne Alles was zählt In dem Sinne Haut rein Bis zum nächsten Mal Tschüüü